Ihr Lieben, herzlich willkommen zur Schlacht der Schlachte. Schlacht der Schlachte? Zur Schlachtbank einfach, ne? Zur Schlachtbank, genau. Denn wir sind wieder unterwegs und wollen einen Boss machen und keinen geringeren als die Alpha-Spinne. Und das wird natürlich, ne? Ich habe alles eingetütet, die Tiere sind auch mit dabei. Genau, wir haben die alle nochmal geheilt. Ja, alles hochgeheilt. Und mal gucken, was jetzt passiert. Genau, ich esse jetzt auch nochmal, trinke nochmal. Ach, das ist eine gute Idee. Ich habe nämlich gar nichts dabei. Hast du was dabei? Was denn? Zu essen und zu trinken? Naja, einen Schluck habe ich jetzt noch und was zu essen habe ich ja. Achso, warte, dann gehe ich nochmal ganz schnell nach Hause. Weil ich habe gar nichts dabei. Ach, holst du gleich noch Tränke mit? Heilung? Ja, habe ich vergessen. Ja, wenn wir dazu kommen, die zu nehmen, ja, auf jeden Fall. So, warte, ich muss erst mal gucken, wo ich überhaupt bin. Wenn man sich so beamt, weißt du, da ist man immer so ein bisschen verwirrt danach. Kennt man ja aus dem täglichen Leben auch, ne? Wenn du irgendwo hin beamst. Schon hast einen Kopf, Dicke. Jetzt muss ich nur gucken, wo es drin war. Ja, dann nehme ich gleich alle 24 mit, oder? Und gebe dir dann die Hälfte. Ja. Gut, warte, ich merke die Kuh noch schnell. Uh, wo bist du? Ja, ich mache mir die unten auf die Schnellladeliste, weißt du. So, Kuh ist gemolken. Wie viel hat sie denn gegeben? 80, sehr gut. Soll ich dir die Hälfte von der Milch dann auch noch abgeben, oder brauchst du nicht? Ja, kannst du machen. Ja, ja, doch, doch. Kannst du auch machen. Okay. So, warte, ich komme gleich wieder. Ich hänge nur zwischen irgendwelchen Viechern fest. Ja, hier muss wirklich bald mal Ordnung gemacht werden, hier im ganzen Zoo. Ja, wenn wir halt so ein Katzenhaus hätten und so, wäre es halt viel einfacher. Ja, 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 ja. Das war ein Wink in meine Richtung, ich weiß, ich habe ihn verstanden. Okay. So. Da bin ich schon. Moment. Und dann gebe ich dir gleich deine Milch und deine Brew. Oh, da ist er. So. Kalbieren. Bitteschön. Kalbieren. Bitteschön. So, dann packe ich das da hin. Ich packe eben die Tiere aus, ja? Die Massen. So, warte. Die völlig verrückten Viecher hier. Oh ja, der. Das Katzi hier, das ist noch nicht vollständig geheilt, aber das ist egal. Was? Der war doch geheilt. Als ich den rausgenommen, von der Plattform genommen habe, war der komplett geheilt. Ach nee, das ist die Akkuanzeige von dem. Von den Kapseln. So haben wir alles draußen. Eigentlich müssten die alle komplett geheilt sein. Ja, ja, sind geheilt. Oh. Hä? Okay. Danke für deinen verschenkten Zap. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. So. Warte mal. Wo haben wir es denn? Wo ist denn mein Juti? Da ist mein Juti. Okay. So. Oh, Leute. Das wird spannend. Jetzt geht's rund. Ich hab ein bisschen Angst. Ja, zu Recht. So. Oh oh. Leute, seid ihr bereit? Okay. Es gibt kein Zurück mehr. So. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Huh. Oh. So, Juti ist da. Sag Bescheid, wenn du drauf sitzt. Ich sitz drauf? Jawoll. Wo ist sie? Ich sehe sie kann. Genau, hinter uns. Mir lässt so viele Viecher fallen. Und gleich durch. Ja. Boah. Wuhu. Heil doch, Schwede. Herrlich. So. 148 Elemente. Und ein Kopf. Irgendwie ist hier noch was verrückt. Gott. Oh, Wahnsinn, ey. Ein Stress. Ja, aber es war ein kurzer Stress. So, wie schaut's denn da aus? Haben die alle irgendwie, haben sie alle überlebt, ne? Ei, 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 ei. Ja, das war jetzt schon ein bisschen rambazamba. Oh. So, ich mach mal die ganzen Inventare wieder leer. So, was haben wir hier? Alles nischt gescheitzt, ne? Ja, ja, wir beamen eh gleich automatisch raus. Junge, 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 Junge. Zack und durch, ne? Gar nicht lang gefackelt. Ah. Junge, Junge, Junge. Wird hier grün ums Herze, ja. Ja, da hätten wir also die Spinne hätten wir komplett. Da müssen wir uns dann in den nächsten Folgen nur darum bemühen, dass wir die Artefakte für die anderen Viecher kriegen, ne? Ja, genau. Und eine AG-Armee aufbauen. Weil spätestens bei der Drachentante da, ne? Bei der Drachenmutter. Brauchen wir AGs, ja. Da brauchen wir AGs ohne Ende. So, alle einsammeln, bitte. Aber war schön. Müssen wir dann halt schauen, jetzt kurz gucken, ob die alle noch heile sind hier. Ah, ne, die haben schon ein bisschen was verloren. Na, wir gehen gleich wieder in die Heilungsbox rein und fertig ist die Laube. Ja, ja. Ja, die haben alle in den obersten Strich vom Kreuz verloren, ne? Ja, ja. Ja, ich auch. Ja. Okay. Also nicht ich, sondern mein... Ach, ne, ich hab auch ein bisschen was verloren, tatsächlich. Hm. So, warte. Wir haben nur Mädchen, die für uns kämpfen. Hast du dir das mal aufgefallen? Ja. Du weißt aber warum, ne? Weil die Frauen einfach von Grund auf aggressiver eingestellt sind. Nee, die sind einfach cooler. Nein. Hm, doch. Hast du Black irgendwo gesehen? Oder ist es... Hat es nicht überlebt. Ach nee, ist da gut. Alles gut, alles gut. Ja, also die nächsten Bosse, die werden dann... Ja, der Affe wird auch noch gehen. Aber dann der Drachen, ne? Der Drachen ist so richtig... Ach, der Affe war gar nicht so schwer. Den fand ich eigentlich immer als relativ... Ja. Weil der hat so eine Attacke und die... Da kann man eigentlich genau sehen, okay. So haben wir alles? Ja, ich bin schon drüben. Also, ich hoffe... Na toll. Ah, ich gucke mal eben, was der Affe braucht. Wenn wir einmal hier sind. Artefakt des Brutalen, des Rudels und des Fressers. Oh Gott, oh Gott. Der Drache braucht List, Himmelsherrn, Stärke und Immun. Der braucht Viere, ne? Naja, Artefakt des Fressers und so ein Kram. Ja, Wahnsinn. Naja, müssen wir dann als nächstes wieder Artefakte suchen gehen und das macht uns ja überhaupt keinen Spaß. Nein. Ai, 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 ai. Genau, Männer haben Schiss, so ist es. Na, na, na. Niemals. So, wo darf ich dir denn die Tiere hinkredenzen? Die Kita. Vielleicht kannst du die mir hier vorne irgendwo hinstellen, weil ich würde die nacheinander auf die Platte dann immer stellen. Wollen wir nicht die Platte da hinten nehmen, wo ein bisschen mehr Platz ist? Da hinten. Da haben wir ja die Bosskampfplatte. Oder? Na gut. Ja, ist doch besser. Dann muss ich noch mal schnell hin. Oh, hier haben wir doch mehr Platz. Ja, ja, die haben jetzt nicht so viel verloren, aber jetzt noch einen Bosskampf würde ich mit denen jetzt nicht bestreiten. So, raus damit. Rauskommen und erst mal einen abseilen. Das sind meine Jungs. Nee, wir haben tatsächlich nur acht Viecher, ne? Ja, also ich denke immer noch, dass das ein bisschen wenig ist. Also früher hat man immer 10. Ja. Aber wir hatten da natürlich auch immer noch hier Dings mit dabei. Die Shadow Mains, die super klasse waren. Die Shadow Mains, die waren schon geil. Sehr gut. So. Ach, ist das ein Stress. So, dann werde ich mal eben das Zeug in die Kamerbein, in die Box packen, was wir jetzt erreicht haben. So, und wir müssen doch eigentlich auch schon ein bisschen Tech-Zeug jetzt bauen können, oder ist das jetzt noch nicht dabei bei der Spinne? Das weiß ich nicht. Schauen wir gleich mal nach. So. Pass off. Und zwar Element, Kopf, Fahne. Sehr gut. So, schauen wir mal. Ui. Ich habe nur 274 Punkte, äh, 75. Erstens durch die ganzen Mods, wenn die Mods manchmal auch Punkte brauchen, ist es natürlich blöd, ne? Ja, sogar für den, was ist das? Ein Küchenmixer wollen die 24 Punkte haben. Ich glaube, die sind ein bisschen des Wahnsinns, die Jungs. So, kommen wir weiter runter. Oder brauchen wir dafür einfach höhere Level? Mal gucken, da müssten wir vielleicht die Node-Run auch noch machen irgendwann. Die ganzen Nodes finden, weißt du? Die Nodes, ja, ja. Also wir könnten ein Raketengeschütz machen. Minigun, Geschützturm und Raketenwerfer. Ja, mehr können wir doch gar nicht, oder? Ach doch, hier haben wir ein bisschen was freigeschalten. Rosasaurus-Tech-Sattel, Foundations haben wir freigeschalten. Also eigentlich ein Tech-Replikator haben wir auch freigeschalten. Sehr gut. Heckhelm, Heckstiefel, ja. Und die Hose brauchen wir dann nur noch und das ist das Wichtigste hier. Dieser Antrieb, weißt du? Dieser Rucksack, mit dem wir auch schön rumfliegen können. Ja, aber ansonsten haben wir eigentlich schon ein bisschen was hier Tech-mäßiges freiges geschaltet, finde ich gut. Automatischer Tech-Geschützturm. Neuer. Werden braucht. Aber wir hatten damals in dem alten Ark, hatten wir eine richtig geile Halle gebaut aus Tech. Wie sah richtig cool aus. Ja, ja. Das war ein Bunker. Ja. Hat alles geleuchtet, war richtig geil. Ja, ja. So, okay. Also das Helmchen hätten wir schon mal und den Tech-Replikator. Wo kann man denn den herstellen? Und ich glaube, hier drin, ne? Guck mal. Irgendwo war der nur sonstiges Strukturen elektrisch. Ne. Oh. Wo stellt man denn den her? Gehen wir noch mal ganz runter. Im Fabrikator. Genau. Im Fabrikator. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Nur wo, ne? Da. Der kostet 100 Element. Okay. Und wie viel hast du? Ja, 148. Aber ich glaube, das müssen wir uns sparen. Wir müssen auch eine Mod rausfinden, womit wir Element anbauen können, ne? Wie damals. Ja, das war damals super. Das war richtig geil. Wenn ihr da eine Idee habt, ihr Lieben. Oder wenn ihr eine Mod kennt, die das schon kann. Indem man irgendwie Element anfahren kann, anpflanzen kann mit irgendwelchen Beeten oder so. Dann schreibt das bitte unbedingt in die Kommentare, weil ich habe bisher noch keine gefunden, die das könnte. So, warte mal, haben wir alles weggepackt. Hier, den Mist mal rausschmeißen. Naja, aber wir haben die Spinne geschafft. Wir könnten ja auch die Fahnen aufstellen hinten, oder wollen wir die erst aufstellen, wenn die Halle fertig ist? Nö, die können wir vorne schon, weil die kommen ja eh draußen hin auf die auf die Rampe. Ja. Da haben wir jetzt, da müssen wir ja so einige haben jetzt, was wir in der Saison kommen. Ja, quack. Gibt es denn bei der Alpha irgendwie eine andere Fahne? Gab es da nicht irgendwas anderes? Nö. Nur die Alpha-Trophäe, aber die brauchen wir ja dann später, um den großen Boss zu machen. Der will die ja als Darbietung haben. Genau, deswegen müssen wir die alle auch nochmal machen. Was? Ja, nur die Alpha. Ja, weil die genau, nur die Alpha, die müssen wir nochmal machen, weil wir natürlich den Kopf auch haben wollen. Ist klar. Ja. So, oder? Also wir hängen die Köpfe ja dann an die Wand, sozusagen. Ja. Und weil wir die natürlich auch an der Wand haben wollen, müssen wir den. Aber wir haben ja jetzt schon gesehen, wir schaffen es. Ja, denke ich doch. So. Und wie viele Fahnen willst du denn hinstellen? Brauchen wir denn nicht alle hinstellen, oder? Nee. Nee, ne? Eine oder zwei? Oder auf jeder Seite eine? Auf jeder Seite eine. Okay. So. Genau. Na, das hat doch was. Ist nicht hübsch, aber Shadows gibt es leider noch nicht. Es gibt auch keine Mod, die die im Moment noch reintun. Ja. Da müssen wir echt auf Aberration warten, weil die, aber die sind richtig toll. Also die, ich stehe ja total auf die Shadows. Absolut. Mipa, danke, dass du dabei warst. Ja, auch eine gute Nacht. Und allen anderen natürlich, die jetzt auch schon gehen müssen, auch eine gute Nacht. Ja. Nein, bleib da. Nein, Quatsch. Gute Nacht und Dankeschön. Ja, und ich würde sagen, wir machen die Folge Schluss. War eine kurze Folge, 16 Minuten, 17 Minuten. Genau, dafür hat sie ein bisschen Blutdruck gebracht bei uns. Sie hat auf jeden Fall Blutdruck gebracht. Hinterlasst bitte ein Däumchen und einen Kommentar, was die Elementseeds anbelangt. Das wäre sehr, sehr cool. Genau, wenn ihr da was wisst. Ja, ich habe, wie gesagt, noch nichts gefunden, aber wäre auf jeden Fall verdammt cool. Ja, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, auf jeden Fall. Sag tschüss. Tschüss. Tschüss.